hallo und herzlich willkommen meine lieben aktienfreunde ich freue mich mit euch wieder gemeinsam eine aktienanalyse machen zu dürfen und diesmal geht es um etwas ganz besonderes um tsmc also taiwan semiconductor manufacturing ein taiwanesisches unternehmen und ich glaube es erklärt auch warum tsmc irgendwo ein schattendasein führt wir haben die aktie jetzt auch erst neu im aktienfinder aufgenommen und wenn wir uns mal anschauen wie groß tsmc ist im aktienfinder mein name thorsten tiet und ich bin der betreiber des aktienfinders hier geht es ums langfristig investieren und von langfristig steigen kursen und dividenden zu profitieren wenn wir jetzt einfach mal schauen wie groß tsmc ist und da kann ich vielleicht auch einfach hier nach der marktkapitalisierung sortieren absteigend dann werden wir gleich feststellen dass tsmc eines der größten unternehmen der welt ist und zu unrecht schattendasein führt wir werden das ganze auch sehen dass die aktie fundamental überzeugend ist aber eins nach dem anderen hier haben wir jetzt die größten unternehmen der welt die sind euch hinreichend bekannt fang und bang bang heißt nicht ganz aber die chinesischen pendants alibaba und tencent dann haben wir ja berkshire visa noch und dann kommt gleich hier tsmc das symbol hier tsm es ist nämlich die adr darauf kommen noch zu sprechen und die marktkapitalisierung beträgt 372 milliarden euro und damit ist taiwan semiconductor zum beispiel wertvoller als johnson und chancen nestle oder sogar wertvoller als der elektronik gigant samsung elektronik der übrigens ein konkurrent ist von tsmc wie sie jetzt im folgenden nennen werden ja tsmc was machen die denn die sind ein sogenannter auftragsfertiger und auf englisch heißt es dann foundry das heißt die fertigen hardware komponenten im auftrag ihrer kunden sie machen keine eigenfertigung das heißt sie produzieren nicht für sich selbst sie produzieren ausschließlich im auftrag ihrer kunden wer sind ihre kunden und da können wir jetzt in die aktienanalyse hier reingehen ihr wisst wie auf dem aktienfinder veröffentlichen mehrere analysen die woche so mindestens zwei aber eher so richtung vier die sind noch kostenlos für euch und das ist jetzt unsere letzte aktienanalyse und dazu gibt es jetzt eben parallel dieses video hier und das werde ich dann verlinken das heißt hier könnt ihr dann noch komplementär ergänzend noch ein paar infos aussaugen die ich hier wahrscheinlich nicht nennen werde ja hier auf der schönen grafik vielen dank an juri den designer der aus dem urlaub heraus diese grafik gebastelt hat haben wir zum beispiel nvidia qualcomm broadcom amd intel hätten jetzt beispielsweise noch die hier fehlen apple ist auch noch ein kunde also alles was rang und namen hat ist im prinzip kunde von tsmc und wenn die jetzt ihre fabriken dicht machen würden wenn ich richtig gezählt habe sind es 14 10 oder 11 in taiwan wo das unternehmen ja seinen sitz hat und der rest im feindes land könnte man fast sagen also im kernland china über entweder joint venture oder tochtergesellschaften also schön zu sehen dass die verständigung dann doch irgendwo klappt wenn es ums geld geht wenn die ihre fabriken jetzt einfach schließen würden tsmc dann hätten wir ein großes problem dann hätten all diese unternehmen großes problem weil viele dieser unternehmen produzieren das heißt fabless die haben keine eigenen fabriken apple hat keine amd hat keine mehr nvidia hat glaube ich auch keine mehr intel beispielsweise fabriziert selbst da würde ich auch noch drauf kommen die werden auch die lassen auch fabrizieren bei tsmc und das wird sich wahrscheinlich sogar noch ausbauen notgedrungen für intel ja wenn wir mal ein bisschen mehr über tsmc plaudern hier habe ich die aktienkurse was macht die aktien eigentlich noch so interessant also ich finde tsmc macht es interessant weil die sind in bereichen tätig oder allgemein in einem in in sektoren tätig die ganz eindeutig langfristig profitieren werden von der digitalisierung er wisst alles kommuniziert irgendwie mit dem internet zu nehmen das wäre dann das internet der dinge kommen wir mal kurz zu den segmenten wo die kunden von tsmc unterwegs sind dann wäre hier zum einen smartphones sind ja auch elektronische also hardware komponenten drin das sehen wir aber hier anhand dieser grafik von wo ist die grafik eigentlich von statista dass die dass der smartphone boom gemessen an der anzahl der abgesetzten stück vorläufig sein ende erreicht hat und dass wir jetzt hier momentan wieder rückläufig sind seit drei vollen jahren schon hier ruhen die hoffnungen auf 5g eine neue datenübertragungstechnologie die eben dazu führen soll dass man zum beispiel youtube videos auf dem handy in 4k gucken kann ohne warten zu müssen was immer es auch bringen soll jedenfalls da ruhen die hoffnungen drauf dass dieser technologie sprung auch dazu führt das neue smartphones nachgefragt werden dann hätten wir high performance computing da sind viele klassische computer drunter workstations beispielsweise server aber auch spiele konsolen auch hier war der rückläu über der rücksatz der die nachfrage rückläufig in der letzten zeit und immer unter anderem auch corona bedingt internet der dinge hier haben wir ganz starkes wachstum im 2019 gehabt von 25 prozent bei tsmc und da ist auch kein ende des wachstums abzusehen wir haben den automobilbau da auch der megatrend elektrifizierung und auch digitalisierung dass das auto unterhaltungszentrale zunehmend wird auch autonomes fahren dann muss ja auch hardware verbaut werden das heißt langfristig wird hier der umsatz vermutlich wachsen kurzfristig hatten wir im jahr 20 19 fünf prozent umsatzverlust ganz klar corona bedingt weil die absätze nein im jahr 20 19 kann ja nicht corona bedingt sein im ersten quartal 2020 da muss es corona bedingt gewesen sein oder lassen wir mal ganz kurz spiegeln wann hatten die denn ich muss mal kurz gucken zu tsmc wann haben die denn geschäftsjahres ende je nachdem ist es corona bedingt oder nicht nein zum kalender ja also kann es nicht corona bedingt gewesen sein alles wenn ihr von umsatzrückgang die rede ist da muss ich ein bisschen korrigieren dann kann es noch nicht corona bedingt gewesen sein wenn 2019 trainer steht aber wir wissen hier vom automobilbau die amerikanischen automobilbauer hatten im ersten quartal 2020 zwischen 30 und 40 prozent weniger autos verkauft ausnahme tesla unterhaltungselektronik auch hier war der absatz im jahr 2019 ich zitiere mich selbst um sieben prozent rückläufig und dann auch hier setzt man auf innovation ob es 8k oder sprachsteuerung in naher zukunft zu mehr abverkäufen führen weiß ich nicht genau aber das ist eigentlich immer so das prinzip neue innovationen sollen wenn ansonsten nichts geht dazu führen dass wieder mehr nachfrage ist also im automobilbau sehe ich das schon langfristig beim innern der dinge auch kurzfristig weil da haben wir keinen umsatzrückgang bei den smartphones bin ich mir nicht ganz so sicher kurzfristig ob sich da was tut aber mal gut muss man schauen high performance computing denke ich auch dass da mittel langfristig mehr gehen wird unterhaltungselektronik ich denke es einfach zyklisch muss man mal sehen nicht desto trotz insgesamt finde ich oder halte ich den hardware markt für sehr interessant weil er doch gesamthaft gesehen wachsen wird das jedenfalls meine überzeugung was tsmc dann als investment noch interessanter macht das ist der fakt dass die kollegen klare marktführer sind im bereich der auftragsfertigung das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein für dich wenn du noch kein 8k oder 4k handy streaming hast aber ich sag es dir einfach und zwar tsmc hat über 50 prozent marktanteil gemessen am umsatz in der gesamten auftragsfertigung also die konkurrenten von sam von tsmc sind samsung zum einen die natürlich in eigenfertigung produzieren aber auch eine auftragsfertigung damals auch ein foundry business dann global foundries das ist ein spin off von amd übrigens dies haben die produzieren auch in deutschland und dann noch diverse andere von denen du wahrscheinlich nie gehört hast jedenfalls ging es mir so und wenn du dir den umsatz von der nummer zwei bis zehn zusammenzählst haben die weniger umsatz als die nummer eins tsmc das ist eine ganz klare marktführerschaft und diese marktführerschaft kommt daher dass tsmc technologisch spitze ist und das sieht man hier denn das geschäft eines auftragsfertigers ist nicht ganz einfach man kann auch noch ein bisschen allgemeiner sagen das geschäft eines hardware herstellers insbesondere wenn es dann wirklich um spitzentechnologie geht ist nicht ganz einfach das ist extrem forschungsintensiv das heißt teuer und das ergebnis ist ungewiss das hat jetzt intel erfahren müssen die haben nämlich gerade vor wenigen tagen bekannt gegeben dass aufgrund eines defekts so haben sie es wohl gesagt also eine panne dann weiß ich nicht so geklappt ihre forschung am sieben nanometer prozess vorläufig sich jetzt rücksetzer erlebt und die werden jetzt erst im jahr 2022 wahrscheinlich damit in produktion gehen können global foundries hat auch an der sieben nanometer technologie geforscht hat dann im jahr 2018 mich richtig erinnert das handtuch geworfen weil es zu teuer geworden ist und das sind ja die größten drittgrößte konkurrent oder auftragsfertiger und tsmc hat mittlerweile schon die fünf nanometer technologie und forscht jetzt an der drei nanometer technologie da muss ich vielleicht noch sagen die strukturen im hardwarebereich die werden immer kleiner weil wenn diese strukturen kleiner werden dann werden sie effizienter zum einen bezüglich der rechenleistung also die rechenleistung steigt und der energieverbrauch sinkt und das sind voraussetzungen dass die kunden leistungsfähigere hardware produzieren können von tsmc und man sieht dass die konkurrenten oder diejenigen die selbst produzieren in erster linie sowie in zeit halt massiv probleme haben da noch mitzukommen und tsmc ganz offensichtlich meistert bisher diese herausforderung und die haben schon die nase vorne und das ist eben technologieführerschaft und das übersetzt sich dann betriebswirtschaftlich gesehen in die marktführerschaft so dass die halt über die hälfte der umsätze auf sich vereinigen können im kompletten auftragsfertigungs business und das eben in einem an sich interessanten markt der zwar auch zyklisch geprägt ist da habe ich hier in der analyse auch eine grafik und das ist der trend der halbleiter industrie langfristig gehen sehen seit 1990 und immer wenn das hier weiß ist dann haben wir rückläufige umsätze insgesamt in dem halbleiter geschäft das sind sicherlich auch die speicherchips drinnen die extrem zyklisch sind insgesamt siehst du aber hier an diesem gleitenden durchschnitt dass es aufwärts geht und zwar prinzipiell immer steiler aufwärts geht auch wenn wir schwächephasen innen drin haben und jetzt gehen wir mal in die fundamentalanalyse und jetzt merkt ihr einfach mal diese phasen von gegenwind und wenn wir jetzt wissen dass tsmc der auftragsfertiger nummer eins ist dann müsste man eigentlich damit rechnen dass die umsätze oder margen auch einbrechen wir haben die fundamentalanalyse definitiv schon ab 1999 oder früher also du müsstest dann hier diese ganzen also diese ganzen phasen der stagnation sogar der rückläufigen umsätze sind also im aktienfinder drinnen und jetzt gucken wir mal wie die tsmc sich da geschlagen hat bezüglich der umsätze und marschen und dann sind wir ja schon im aktienfinder haben die richtige aktie ausgewählt eine geschichte wollte ich vorher noch sagen und zwar wir haben wir haben hier die adr das ist ein american depository received es gibt nämlich wie neuerdings auch bei alibaba zwei aktien von taiwan semiconductor und zwar einmal die adr und einmal die original aktie auch das habe ich hier berücksichtigt oder beschrieben welche tsmc aktie kaufen wir haben zwei aktien die haben unterschiedliche symbols unterschiedliches isen einmal die adr und einmal die original aktie und die adr aktie die ist in aufdesign sponsored adr das heißt die wurde von tsmc selbst in auftrag gegeben die sind an einen brugger herangetreten in diesem fall die citybank da habe ich nachgeschaut haben die citybank gebeten diese sogenannten adr sind umlauf zu bringen also handelbar zu machen so ein wertpapier an adr aufzulegen das wie eine aktie auch eine isen beispielsweise bekommt und jetzt kann sich dann auch der internationale investor der amerikanische investor in erster linie aber auch wir relativ einfach über diesen adr an dem tsmc unternehmen beteiligen und es gibt auch ein umtauschrecht das heißt eine adr aktie jetzt nenne ich es mal so verbrieft fünf original aktien das habe ich auch glaube ich falsch herum geschrieben das muss noch korrigieren also eine adr verbrieft fünf original aktien hier aus taiwan das heißt du kannst im prinzip die eine oder die andere kaufen kauft die wo du leichter rankommst an deinen broker mit im normalfall die adr sein wäre mein rat dann gucken wir uns jetzt aber mal die umsätze an wir haben noch im kopf dass die halbleiter industrie sehr zyklisch ist und wenn wir uns jetzt hier mal die umsätze anschauen dann siehst du dass sie doch sehr stabil nach oben gehen wir haben jedoch einbrüche relativ klar nach dem platz in der dotcom-blase da ist der umsatz von 5,3 milliarden auf 3,7 milliarden us-dollar gefallen weil ich die adr übrigens analysiere hier im aktienfinder haben wir hier us-dollar hätte ich die original aktie genommen dann hätten wir taiwan dollar normalerweise nehme ich im aktienfinder die original aktie also für samsung beispielsweise analysieren wir in koreanischen won und für sony oder irgendwas japanisches in japanischen yen und so weiter der taiwan dollar hat mir aber ein paar probleme bereitet insbesondere was die wechselkurse angeht und ich hätte es geschafft mit einigen klimzügen aber ich habe mich dann für die leichte variante entschieden auch deshalb weil die meisten von euch vermutlich die adr kaufen werden zum einen und zum anderen weil die wechselkurs änderungen zwischen taiwanesischen dollar taiwan dollar und us-dollar jetzt nicht so groß sind ich habe mal geschaut gehabt es gibt schon wechselkursschwankungen aber es ist nicht so dass sie die ganze fundamental analyse ab absolut umführen würden und reportet wird unter anderem auch in us-dollar wenn man in die reports geschäftsberichte reinschaut dann findet man auch zahlen us-dollar weil eben diese adr für tsmc so wichtig ist wir werden sehen dass das aber implikationen durchaus hat der us-dollar kommen dann später drauf wenn wir uns die dividende angucken jetzt bleiben wir aber erstmal umsatz und da sehen wir hier dass wir anfang der 2000 rückläufige umsätze hatten und zwar ganz deutlich von 5,3 auf 3,7 milliarden us-dollar dann hier nochmal wenn der finanzkrise aber etwas moderater immer noch deutlicher moderater von 10,6 auf 9 milliarden us-dollar seitdem gab es ja auch keine offizielle rezession mehr jetzt von von der korona krise abgesehen seitdem haben wir jetzt hier schön steigende umsätze mit mit aber relativ schwachen geschäftsjahr 2009 10 möchte gleich dazu sagen da ist der umsatz kaum noch gestiegen das stieg nur von 34,2 auf 34,6 milliarden dollar und ich habe ja vorhin die segmente vorgestellt und daher auch gesagt dass die umsätze in einigen segmenten rückläufig gewesen sind und das sehen wir hier nochmal im big picture sozusagen was wichtig ist dass unternehmen geld verdient sind zum einen die zusätze und so anderen natürlich die margen blenden wir mal die operative marge ein und das ist auch sehr interessant wir haben hier also einen gewaltigen einbruch der marge gehabt anfang der 2000er von 37 auf zehn prozent rückläufig also ganz ordentlich die haben ja noch kaum gewinn gemacht in 2001 mehr dann hat die erholung eingesetzt und seitdem und mit seitdem meine ich das jahr 2004 also schon eine weile her bis heute haben wir sehr hohe margen fast bis heute kommt gleich drauf zwischen irgendwo ja 32 prozent und 40 prozent und die schwankungsbreite ist doch relativ niedrig und wenn wir jetzt uns noch mal in erinnerung rufen dass wir eigentlich hier sehr zyklisch unterwegs sind finde ich doch dass ich tsmc sehr gut geschlagen hat insbesondere hier beispielsweise im finanzkrise und auch hier zu 11 bis 2013 noch jetzt wo 15 2016 also insgesamt ein wirklich top unternehmen in interessanten segment tätig marktführer und wie du hier auch sie ist also betriebswirtschaftlich gesehen also wirklich einen sehr guten lauf gehabt schon seit vielen jahren jetzt haben wir hier im 2019 relativ schwaches schwache umsatzentwicklung gehabt und wir haben hier auch fallende margen fallende operative margen aktuell die margen unter 30 prozent das gab schon lange nicht mehr gab zuletzt 2003 wenn du hier anschaust sollen die umsätze dann wieder nach oben springen das hier sind übrigens jetzt wirklich die absolut letzten zahlen die erst vor wenigen tagen reingekommen sind das erkennst du hier am p für primaries also die vorläufigen zahlen ich habe hier auch kann ich mal einblenden das ist die facet workstation da haben wir im aktienfinder unsere zahlen her ich kann es vielleicht doch sogar ein bisschen größer machen und hier siehst du preliminary also dieses p und es sind noch nicht immer alle zahlen vorläufig wenn es preliminary ist weil das heißt dass dieser sec bericht zum beispiel ist noch gar nicht draußen das heißt es gab schon die pressemitteilung das sind schon zahlen wesentliche zahlen veröffentlicht worden aber je nach unternehmen fehlt noch was zum beispiel kann es sein dass du das die komplette cashflow rechnung fehlt oder auch die komplette und ein großer teil der bilanz aber dieser schwebe zu stauern und entschuldigung dieser schwebe zustand dauert nur ein paar tage und dann wird der jahresbericht oder quartalsbericht in diesem fall nachgereicht und dann haben wir alle daten und dann verschwindet hier dieses p ja also insgesamt ein wirklich starkes bild von tsmc was wir hier sehen wohin wir jetzt gehen würde ich sagen das ist die dividende denn tsmc bezahlt doch tatsächlich dividende und das nicht so knapp tsmc ist auch ein sehr guter zuverlässiger dividendenzahler und hier wenn wir jetzt sehen dass es eine rolle spielt in welcher währung wir die aktie analysieren nämlich das management sagt es hat die dividende nie gesenkt seit dividende bezahlt wird dividende wird bezahlt seit dem jahr 2004 wenn wir jetzt aber hier schauen dann sieht das ein bisschen anders aus wir haben hier schon dividenden senkungen hier zum beispiel von 49 cent us-cent auf 46 us-cent und daher eine ganz klare dividenden kürzung wie kann das sein was einem zuerst in den sinn kommt ist natürlich dass die zahlen im aktienfinder falsch sind aber ist nicht so ich kann es erklären ich will garantiert mails kriegen irgendwann von leuten das video nicht gesehen haben die sagen bestimmt was nicht aber das ist eben mein schicksal ich habe es auf mir ausgesucht und ich mache das gerne ich kläre gerne auf das management von tsmc hat gesagt in taiwan dollar haben wir die dividende nie gekürzt wenn aber der in welche richtung muss es denn jetzt gehen muss ich kurz überlegen wenn der taiwan dollar weniger wert wird gegen den us dollar dann sinkt halt die dividende trotzdem auch wenn sie leicht gestiegen ist in taiwan dollar das ist halt das problem und hier haben wir was anderes da hat tsmc umgestellt von der einjährigen ausschüttung auf die quartalsweise ausschüttung und wenn man jetzt immer dann die letzten zwölf monate zusammen zählt kommt jetzt eine kürzung raus weil hier eben die einmalzahlung drin ist plus eine quartalszahlung schätze ich mal bis gerade nicht nachgeguckt aber wird so sein und dann haben wir hier halt eine höhere dividende ja aber da nicht auch irritieren lassen wir haben dann hier die jahre der dividendensteigerung seit dividende nicht gesenkt diese zahlen übrigens kennzahlen sind wie lange man seit wie vielen jahren unternehmen dividende steigern und so weiter ist eine ganz klassische kennzahlen ich weiß dass viele dividendeninvestoren darauf schauen ist auch irgendwo ein qualitätsmerkmal wird aber zunehmend in frage gestellt diese kennzahl nicht aufgrund von wechselkursschwankungen sondern weil viele unternehmen einfach gezwungen waren viele gute unternehmen gezwungen waren ihre dividende mal zu kürzen vielleicht waren sie nicht unbedingt gezwungen aber vorausschauend haben sie es getan weil das management gesagt hat behalten wir mal lieber geld in der kasse weil wir nicht wissen wie die corona pandemie weiterlaufen wird und wenn dann plötzlich statt was für sich 25 oder so eine null steht dann heißt jetzt nicht das unternehmen jetzt einfach schlecht ist aber sowas wird als suggeriert werden über so eine kennzahl dividende gesenkt zeit ich finde viel viel aussagekräftiger diese stabilitätskennzahlen gerne auch diese compound annual growth rate also diese steigerungsraten in kombination mit den stabilitätskennzahlen denn wenn wir dann halt hier so eine relativ moderale senkung haben hat ja taiwan ziemlich kontakt immer noch stabilität der dividende von 0,9 sagt es ist sehr gut weil eben hier solche mikro kürzungen technischer natur sage ich mal da kaum eine rolle spielen wenn es langfristig nach oben geht so kleiner ausflug in die kennzahlen welt und bleiben wir bei der dividende was glaubst du denn wie viel tsmc bezahlt vielleicht hast du schon gesehen momentan schön ist 1,9 prozent aus das ist eigentlich gar nicht schlecht wenn man berücksichtigt dass die dividende langfristig doch hier im satten zweistelligen bereich also deutlich mehr als zehn prozent wächst zehn jahre schnitt 14 prozent auf der letzten fünf jahre betrachtet sogar 19 prozent was aber auch mit der umstellung zu tun hat muss ich jetzt ehrlich sein auch von jahres auf quartalsweise ausschüttung nehmen wir orientieren wir uns deshalb lieber hier an den 13 prozent ich glaube die sind realistischer gut das ist also erstmal nicht schlecht jetzt kommt aber ein bisschen ernüchterung wenn ich dir jetzt den dividenden turbo zeige da wirst du nämlich sehen dass du den besten einstiegszeitpunkt ich aber auch tröste dich bei tsmc verpasst hast der war nämlich vor einigen jahren in der finanzkrise der tsmc kriegt mit fast sieben prozent dividenden rendite und daraufhin haben sie ihre dividende im zweistelligen bereich gesteigert ärgerlich ärgerlich haben wir auch kursgewinn hätten wir auch noch gekriegt das heißt nach der finanzkrise ist die dividenden rendierte kontinuierlich gesunken bis auf zweieinhalb prozent und dann ist wieder gestiegen teilweise auf 3,6 prozent immer wieder ausgebrochen so ein bisschen nach oben das sehen wir hier haben wir wieder diesen so einen unnatürlichen peak technischer natur den bitte ignorieren hier war es ist wohl der umstellung auch geschuldet schätze ich mal müssen wir mal gucken es werden ja immer die dividendenzahlungen der letzten zwölf monate monat für monat kumuliert und sich dann ein bisschen was verschiebt von der dividendenzahlung ich habe zwar so ausgleichsalgorithmen drin aber die fangen nicht immer also sowas ignoriert es dann einfach und guckt dann auch die monate davor und dahinter also ihr seht aber ganz klar dass die dividende momentan relativ niedrig ist also hier unten liegt die ich mach mal das hier weg auch gerne mal den korridor hier weg und die dividende liegt halt momentan hier bei 1,9 prozent soll eine erhöhen erhöhungen geben dann steigt die natürlich wieder auf über zwei prozent aber momentan wenn du jetzt kaufst kaufst du dich mit einer mit der niedrigsten dividendenrendite seit langer zeit ein und bisschen schade warum das so ist klar die dividenden steigen die dividendenrendite fällt warum ist das so ja ja weil der aktienkurs die ganze zeit steigt und da würde ich sagen steigen wir jetzt auch ein und zwar in die bewertung dann schauen wir uns noch mal hier die ganze pracht an jetzt geht es also um die frage ob die tsmc aktien schnäppchen ist du kannst dir denken wie die antwort lautet wir machen es trotzdem weil es auch interessant zu wissen wie hoch die bewertung ausfällt wir haben also hier jetzt muss ich wieder gucken dass ich den richtigen zeitraum auswähle hier haben wir zum beispiel während des platzens der dortkom blase kgv von 70 wir haben übrigens auch die bereinigten gewinnen und den reported earnings das heißt den bilanzierten gewinnen genau die bereinigten gewinnen operativen cashflow die dividende wir können da also vier faire werte ausrechnen basierend auf der historischen bewertung des marktes und soll der relativ realistisch kriegst einen guten eindruck du kannst natürlich selbst hingehen und sagen ich habe mal ein bisschen was drauf weil für mich ist tsmc wertvoller als es vor zwei jahren noch mal kannst du machen aber ist trotzdem guter ausgangspunkt gehen wir mal von hier aus da war nämlich kgv ungefähr zwischen 13 und 14 und es war dann auch höher als beispielsweise in 2010 war 2012 war so 2014 16 erst in der letzten zeit ist tsmc vom markt deutlich wertvoller bewertet worden und dann machen wir hier mal die ganzen fundamental daten weg blenden den kurs wieder ein und hier siehst du ihn ist übrigens auch noch interessant wenn du es gibt im prinzip mehrere phasen von tsmc du siehst hier eine phase wo es lange zeit zeitwärts ging hier vom jahr 2000 bis 2010 gucken gehen wir mal rein hier das siehst du im prinzip da hast du nicht viel gewonnen mit tsmc obwohl die umsätze ja gestiegen sind und so weiter du siehst auch hier ganz schön die kgv sind runter gegangen also hier und natürlich hoch weil der gewinn so niedrig war 27 13 12 und dann wieder ein bisschen hoch aber tendenziell günstig bewertet gewesen ach so quatsch wir müssen natürlich hier reingucken also hier 74 27 13 14 also 13 also hier ging es ganz klar runter obwohl im prinzip hier die gewinne schon nach oben gegangen sind da war der markt irgendwie skeptisch ganz offensichtlich der markt hat dann die skepsis abgelegt und seitdem geht es hier bergauf und wenn wir jetzt mal gucken hier wenn du günstig eingestiegen wärst hier in der finanzkrise bis heute das wäre ein tenberger in deinem depot rendite von 1330 prozent das meiste kursgewinnen aber auch dividenden kann man hier alles ausrechnen und dann kannst du mal gucken hier wie die aktie abgegangen ist hier halbjahr 2009 10 bis heute bisschen über ein jahr hat sich die ganze geschichte mal verdoppelt ja aber jetzt blenden wir mal die fairen werte ein der dividende ist leider hier ein bisschen mit den ausschlägen die wir auch schon im dividenturbo gesehen haben das erst mal weg und wenn wir das ganze jetzt auch logarithmisch einblenden also hier ab 2004 2005 so dann sehen wir auch schöner wie sich daher der aktienkurs an den fernen werten orientiert wie wir werden crash phasen ganz deutlich in die unterbewertung reinlaufen wie wir dann wieder phasen eine überbewertung haben unterbewertung fairebewertung unterbewertung und 2015 wo wir eben in einem halbleiterzyklus waren der rückläufig war das haben wir vorhin gesehen da hat sich tsmc sehr gut geschlagen die gewinne sind nicht gefallen die aktie ist es aber dennoch da also der aktienkurs dennoch gefallen sind wir ganz kleine unterbewertung reingelaufen dann hatten wir eine überbewertung jetzt zu mich mal ein bisschen näher ran das heißt wir können hier in der dynamischen aktienbewertung das ist eben das tolle auch gucken ob die ganzen fernen werte auch sinn machen das heißt ob sich der aktienkurs langfristig auch daran orientiert hat das ist eine art backtesting was wir hier machen und da haben wir eben also da waren wir schon in 2015 in die phase der unterbewertung haben wir überbewertung dann ist hier wieder der fairere wert erreicht worden das war ja bei der aktienmarkt rückläufig zum ende 2018 ihr werdet euch vielleicht daran erinnern wer optionsverkäufer ist erinnert sich bestimmt daran da haben wieder einige starke verluste eingefahren und dann seitdem haben wir im prinzip steigende kurse hier im corona crash da ging es noch mal nach unten und jetzt haben wir eben einen aktienkurs von 83 us-dollar schon als ich eine analyse geschrieben hat waren so 82 us-dollar sind schon 83 us-dollar die analyse gestern verfasst da gab es jetzt auch noch die nachrichten dass intel also die aktie ist um zehn prozent glaube ich angesprungen gut von tsmc weil intel eben gemeldet hat geparkt ist erstmal nicht mit der umstellung auf sieben nanometer was heißt das sie müssen um konkurrenzfähig sein irgendwo produzieren lassen bei jemand der sieben nanometer technologie beherrscht und wer ist das tsmc höchstwahrscheinlich naja sagt den kurs hat nochmal gestiegen jetzt sind wir bei 83 schon us-dollar der faire wert basierend auf den schätzungen des laufenden geschäftsjahres wäre bei knapp lege bei knapp 50 us-dollar das heißt und das so interpretiert ist auch oft wir haben ein kurzfristiges rückschlagspotenzial das erheblich ist nämlich von gut 40 prozent falls jetzt irgendwas passieren sollte die krone pandemie breitet sich aus und wir haben zum beispiel noch stärkere umsatzeinbrüche im segment automotive smartphones leute steigende arbeitslosigkeit die leute haben weniger geld für smartphones ersetzen ihr smartphone nicht so schnell unterhaltungselektronik natürlich würde auch darunter leiden kann ja alles sein dann gehen natürlich die aufträge zurück da kann tsmc technologisch noch so weit vorne sein sie werden weniger aufträge haben und irgendwann würde sich das auch im ergebnis von tsmc bemerkbar machen und wenn dann die aktie als hoch bewertet ist ja was passiert dann damit erst mal der aktienkurs vermutlich einbrechen insbesondere dann wenn wir eine allgemeine schwäche im aktienmarkt haben haben wir vor kurzem gesehen dass er der aktienkurs von knapp 60 us-dollar 60 us-dollar auf 44 us-dollar eingebrochen das war sozusagen ja ungefähr ein viertel an wert verloren das könnte natürlich ohne probleme wieder passieren jetzt dann vielleicht sogar noch mehr weil die aktie ja jetzt wirklich höhen luft erreicht hat höhen luft schnuppern darf ja wir haben dann hier weiterhin vermutlich steigende gewinne wenn es dann so kommt wie sich die analysten das erwarten muss man sagen erhoffen hoffen soll man ja nicht soll ja alles irgendwie fundamental begründet sein aber selbst in diesem falle da würde natürlich dann der faire wert steigen hier allerdings sehr moderat auf nur 50 us-dollar und dann hier aber auf 60 us-dollar was immer noch eine unterbewertung bedeuten würde leider so und ich denke wir nähern uns jetzt auch dem fazit und das heißt wie so oft tolle aktie leider teuer und ich habe keine tsmc aktie noch mal leider ich hätte sehr gerne gekauft aber die hat jetzt erst den aktienfinder geschafft ich muss echt sagen wenn ich den aktienfinder schon gehabt hätte früher also ich hätte die mir schon spätestens hier irgendwo ins depot gelegt weil ich finde das so cool mit der dynamischen aktienbewertung dass du kannst ja auch sehen also wenn wir beim backtesten sind hätten wir quasi hier angefangen bis sagen wir mal dahin irgendwo bis dahin mal noch eins weiter bis dahin es ist nicht ganz eins zu eins weil wir hätten dann hier noch 12 trading months gehabt wir haben ja im aktienfinder immer die quartalsergebnisse die wir einarbeiten so und jetzt gucken wir mal hier bis dahin hier bis dahin und dann hättest du halt schon gesehen aber hier irgendwo 12 trading months gewesen hättest gesehen dass sich tsmc immer noch ganz gut schlägt und daher wäre ganz deutlich gewesen okay die sind jetzt momentan also echt günstig zu haben und das siehst du halt woanders nicht so einfach wenn du jetzt logarithmische ausmachst und ausschallt ist dann siehst du das noch deutlicher naja okay also momentan sind wir aber leider in der gegenwart zeitmaschine haben wir noch nicht implementiert im aktienfinder ist geplant aber ich glaube das kann noch ein bisschen dauern bis dahin entweder vielleicht über sparpläne das ganze machen das heißt wenn dann rück der rücksetzer kommt dann kannst du quasi auch noch günstig nachkaufen da haben wir übrigens das starter paket kann ich dir immer noch zeigen ich darf mal hier im interesse aller noch ein bisschen werbung machen und das ist das starter paket bei der konsorsbank der kriegst du 90 tage aktienfinder voll mitgliedschaft kostenlos oder mal 20 euro sparplan prämie drauf und die konsorsbank ist meiner meinung nach allgemein der beste broker für aktiensparpläne waren sie das beste angebot haben problem an der ganzen geschichte ist bei der konsorsbank ist die tsmc aktie nicht sparplan fähig hahaha sondern nur bei der konnte bei der kom direkt ja dumm gelaufen ich werde mich dafür einsetzen dass die aktie bei der konsorsbank auch noch sparplan fähig wird kann aber jetzt nichts versprechen dass das schon morgen der fall sein wird für andere aktien oder für die masse der aktien ist aber die konsorsbank oder hat die konsorsbank die breiteste abdeckung okay also wenn du das video siehst dann wird auch diese aktienanalyse frei verfügbar sein kannst du dir gerne dann durchlesen noch mal ich bedanke mich fürs zuschauen also ich fand es richtig richtig interessant die tsmc aktien ist auch die erste aktienanalyse seit langem die ich selbst wieder geschrieben habe ansonsten lektoriere ich ja die ganzen aktienanalysen von seeking alpha autoren die dann auch auf deutsch für euch veröffentlichen und alle aktienanalyse kostenlos übrigens so nebenbei gut jetzt aber vielen dank fürs zuschauen bleibt gesund und munter